Tja, jetzt haben wir uns... Es gibt ja verschiedene Methoden zu lernen und so weiter. Die Lernmethoden, achtet mal hier auf die Links, wie man schnell 1x1 oder Quadratzahlen oder sonst was auswendig lernen kann. Das ist die eine Sache. Wie man ganze Texte, DIN A4-Seiten auswendig lernen kann, das kommt hier auch und so weiter. Da gibt es ganze Playlists darüber. Wir haben uns also viel mit Lernmethoden und so weiter auseinandergesetzt. Das ist die eine Seite. Wie man das dann aber festigen und üben kann, zum Beispiel die Quadratzahlen, also 1² gleich 1, 11² ist 121 bis 25² gleich 625 und umgekehrt. Wurzel aus 1, ich meine immer die Quadratwurzel, ist damit gemeint, damit man mit binomischen Formeln und dem ganzen Kram besser zurechtkommt, mit PQ-Formeln und 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 und. Dafür jetzt Übungsvideos. Das sieht dann so aus zum Beispiel. Ich zeige es mal kurz. 12² gleich 144, 25² gleich 625, 0² gleich 0, 25² gleich 625 und so weiter. Also das heißt, wir machen hier sozusagen ganze Sprechvideos, damit ihr die einerseits nachsprechen könnt. Nachsprechen geht dreimal besser als nur Ablesen oder sonst was. Denkt hier an die Links und zum Schluss werde ich Links zu Lernmethoden nochmal anfügen. Und ihr könnt das also nachsprechen durch Ablesen, nachsprechen durch Ablesen, Ablesen. Auch das hilft, das ist mehr der visuelle Typ. Oder ihr hört euch das Ding nur an und sprecht ein bisschen schneller als ich das Ergebnis dann hin. Und da das alles ganz nett und durcheinander geht und wir das noch ausbauen werden, ja, werde ich viel Freude dabei finden, plötzlich Dinge richtig fest für immer zu können. Gut, ich wünsche euch was dabei. Jetzt müssten die Links erschienen sein, wie es weitergeht und was man da alles machen kann. Also, bis später. Tschüss, tschüss.